Die Humboldt-Universität zu Berlin hat heute allen Grund, stolz zu sein. Sie hat sich erfolgreich durchsetzen können im Exzellenzwettbewerb von Bund und Ländern, und zwar in allen drei Förderlinien, Graduiertenschulen, Cluster und mit unserem Zukunftskonzept Bildung durch Wissenschaft. Sie hat ihren ganzen Stolz und alle ihre Potenziale in die Waagschale geworfen. Wir haben es geschafft, das verdanken wir dem enormen Engagement aller unserer Mitglieder, von den Hochschullehrern über die Studenten, die Mitarbeiter, die Verwaltung, auch das Präsidium, dem ich dankbar bin für die gute Teamarbeit. Und jetzt schauen wir in die Zukunft, gut ausgerüstet, gut ausgestattet und voller Freude und voller Lust.